hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei sendes zum sieben fährt denn gestern die story von nekomata angefangen jetzt keine sehr spannende historie aber sehr lustig in den dialogen heute machen wir die letzte mission dazu aber bevor wir loslegen fangen wir mit den standard sachen fantasy komödie und familie mal unsere rube los holen zuerst gehen wir mal ums rennen ja Ich bin nur für ein paar Verlangen. Ich bin auch für ein paar Verlangen. Ich würde das O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Es ist nicht ein Koffer, sondern ein Koffer. sie den richtigen motor es ist falscher motor wir haben nicht den richtigen motor für sie Okay. Oh, no. I have no trust. Oh, I'm sorry. Oh. Oh. There you go. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ich habe noch nicht mehr Zeit. Das war's für heute. 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 ich habe nicht die richtige teile für sie aber gut ist nicht schlimm dann haben wir sie so ich habe heute gelevelt So, sie ist auch richtig gebaut. So, sie sind auch richtig gebaut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Kinkschnapp Ich glaube wir haben genug Ich glaube wir haben Ihr habt ihr souvenir noch nicht 6 Jahre 9 5 28 Heimat das N K Ah, ich muss die Hülle nicht ausprobieren, aber ich muss die Hülle nicht ausprobieren. Scheiße, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay, dann lassen wir das mal sagen. Nächstes wäre dann Nicole. Mal schauen, was wir für Nicole brauchen. Welche V-Engine? Ich habe nicht die V-Engine, die wir brauchen. Da braucht sie die rote... Ah, das ist dann die richtige. Sie braucht die Teile, die wir nicht haben. Ist aber nicht schlimm. Fähigkeit... Also ist das noch nicht die Rote. Ich bin der Kopf. Schmerz mich. Ich bin der Kopf. Ich bin der Kopf. Das war's für heute. Dann nehmen wir noch Billy. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. noch vier stück fehlen mir ja 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 Das stimmt, ich kann ja überall die Fischkötten auch mal erhülnen. Das ist aber hier, Anna. Okay. 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 So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, das finde ich auch gut, das sind die V-Motors, die über den Pass zu erhalten sind. Dann kann ich dann klar sehen, welchen ich schon besitze und was für eine Constellation ich mit denen bin. Das ist geil. Ich könnte wieder einen 10er machen. Mach ich aber nicht, weil ich spreche dann den Moment auf den neuen Charakter. Okay. 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 Ich würde passou five Nothing. Okay. 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 Ah nein Quatsch, ich mache jetzt mal Nikomathas Mission fertig. Das habe ich schon gemacht, da hat er nicht auf den Fakustoffen gearbeitet. Das war's für heute. 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 Nein. Das war's für heute. 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 So, das war's für heute. 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 Ich habe... das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir brauchen noch mal mehr. Jetzt ist es mit unserem guten. Anton. Okay. Wir bauen ihn genereller. DPS-Main. Das heißt Rootpacker brauchen wir hier und wir brauchen dann Phantametal, das ist das hier. Das ist das, was wir brauchen. wir hatten hier nicht alle es so es 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Oh, da kriegt man ein Bild. Wo ist das? Vielen Dank. Ähm, nächste Stufe. Nächste Stufe krieg und wir wieder... Pools. Ist das? Okay. Fischstecker fünfmal eine Agente-Fähigkeit. Fischstecker zwanzigmal eine Agente-Fähigkeit. Okay. Schließe die Agente-Geschichte Katz und Maus für ein Spiel von Nekmata. Besegele den Torverstamm in Höhle 0,5 Mal und erhalte die Komfortung S. Easy. Ursache bei Gegner zehnmal eine Attributs-Anomalie mit einem Agenten der Attributs-Alles. Okay. Schließe einmal routinemäßige Beseitigung ab. Ansonsten. Was? 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 Okay. gut ich denke heute reicht es sind wieder zehn uhr schon viertel nach zehn ich muss morgen wieder arbeiten dementsprechend werden wir morgen hier weitermachen wir kann man wieder gut voran wir haben unser team gestärkt und jetzt können wir anfangen so langsam die feinarbeiten an unserem team dass die abilities richtig stimmen und auch die artefakten richtig verteilt werden bin echt gespannt was morgen ansteht weil ich weiß noch nicht wie jetzt mit der story weitergeht das sehen wir alles morgen einen schönen abend gute nacht und wir hören uns dann morgen wieder so 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 so